und willkommen zurück zu imperion so in der letzten folge haben wir hier schon erfolgreich geplündert jetzt haben wir natürlich das problem dass mein inventar voll ist jedenfalls haben wir noch jede menge zu plundern hier ach ja stimmt jedes mal ist das chat pack aus jedes mal so dass das 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 auch hier das können wir hier rein tun das können wir mit hier zu tun gut dann machen wir weiter so in der letzten folge hat jemand unter die kommentare geschrieben wenn ich den kern weg schieße dann soll ich doch auch meinen kern hinsetzen ja warum soll ich denn jetzt hier mein kern hinsetzen ich meine das ist ja nicht mal als basis zu gebrauchen das halt ein abgestutztes schiff das ist ja ein abgestutztes schiff so natürlich schlecht was nicht wenn jetzt mal ein bisschen licht hier angehen wird ich wollte noch eine etage höher gehen ach das hat man schon leer ok so hier ist wieder wie gehabt wie gehabt hätte die beete hier was ist hier hier sind die selten teile genau also mal hier runter gucken ein riesiger leerer raum hier alles leer hm warum ist denn hier alles leer hm 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 hier ist auch glaube ich das ende vom schiff könnte es sein hm das könnte ich nur so sein das ist so na gut dann gehen wir mal eine etage höher ich habe da oben nämlich schon kisten stehen sehen hm 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 schon mal gucken auf mein schönes finden hier hm hm Lat Ja, Waffen ohne Ende. Boing. Dann müssen wir nochmal her. Sind schon wieder voll. Na ja, können wir schon mal einiges rausnehmen hier. Die ganzen Waffen, was soll ich mit den ganzen Waffen? Hm, wieso ist das so tief? Hm. 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 Gut, hier kommen wir wieder rein, ist sehr gut. Dann können wir hier nämlich rausgehen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass hier noch irgendwelche Elden rumgeistern. Ich war fast noch im Schiff vorbeigeflogen. Ja, nee, wie gesagt, muss man halt aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwelche Kreaturen gegeben hat, das gab auch Planeten. Da gab es böse, böse, böse Sachen. So. Hm. Die Frage ist jetzt natürlich, wo wir die ganzen Waffen hin tun. Wo tun wir die ganzen Waffen hin? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen unbedingt ein größeres Schiff. Das ist mal Fakt, ich würde sagen, wir müssen die erstmal hier mit einsortieren. Hier haben wir halt zum Beispiel schon Waffen reingetan. Wir brauchen ein bisschen was zu essen dabei. Mal das mal ein bisschen stapeln hier. Also sortieren. So was essen ist. Und was nicht essen ist. So. Na gut. Dann ist mir das auch noch hier drin. Die Medizin brauchen wir nicht hier rein zu tun. Die Medizin können wir nämlich hier drüben reintun. Da müsste doch, glaube ich, noch Platz sein. Ja. Ja. Sehr gut. So. Dann gleich mal zurück. Den Rest noch looten. Jetzt geht die Sonne jetzt langsam auf. Hm. Gibt ja schöne Sachen hier. Hier gibt es leider keine. Keine Dings mehr. Ich sag schon, keine Triebwerke mehr. Jetzt bin ich nicht auf Triebwerke gekommen. Säla dumm leant. Sehr gut. Mal gucken. Dann müssen wir doch auch, naja, fast hier uns hier freinkommen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die Kisten gesehen haben. Und dann glaube ich hier. 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 Und hier. Genau. So. Haben wir nämlich noch jede Menge Rohstoffe. Noch ein paar Bauteile. Einsammeln. Einsammeln. Problem ist, wir kriegen jetzt schon wieder nicht alles mit. Ah. Das ist aber auch ein Krampf. Warum ist denn das so viel? Oh, hier haben wir noch Beete drin. Das ist aber auch ein riesiges Schiff, ey. Ja, so ein großes Schiff haben. Ich will auch so ein riesen Schiff haben. Mann, das ist doch. Guckt euch doch mal das riesen Ding an hier. Ich will auch so ein großes Schiff haben. Aber das ist wahrscheinlich für alleine ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Ich sehe gerade, ich habe auch. Na, kommt doch nur. Ich sehe gerade, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Sauerstoff auffüllen, ja. Nahrung haben wir auch gleich keine mehr. Was haben wir denn gerade das Problem? So, und noch Energie auffüllen. So. Ja, hier hat man noch eine Pflanze. Künstliche Zierpflanze. Ja, gut, wenn wir irgendwann mal eine große Basis bauen, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir sowas haben. Eine Klasplatte, die muss eigentlich ein Ding sind, ein Konstruktor. So, das kommt vorne hin. So, das kommt hier hin. So, das andere Zierpflanze kommt in den Konstruktor. Sondern hier rein. Genau. Das mache ich jetzt mit dem Block. Der muss natürlich hier hinten hin. Hm, da haben wir noch schon Blöcke drin. Sehr gut. So, zurück, Wärterblendern. Aber ich wollte jetzt erst mal, bevor die Folge zu Ende ist, wollte ich nämlich noch mal schnell hier vorne hinschauen. Können wir solche Kanonen eigentlich auch bauen? Das wäre natürlich auch geil, wenn wir solche Kanonen bauen könnten, gell? Weil die sind nämlich geil, wenn ich sehe, was die bei uns für Schaden gemacht haben. Dann können wir solche Kanonen machen. Gut, naja, dann haben wir ja natürlich nicht viel geschafft heutige. Dann haben wir wirklich nicht viel geschafft. Aber so ein Raumschiff ist aber auch riesig. So viel, was man... Da ist ja so viel, was man hier auch erkunden kann und alles an dem Schiff. Das ist Wahnsinn. Zumindest waren das hier mal Quartiere, so wie es aussieht, gell? Hm, ich kann die Dinger zwar wegmachen, aber da springt nix raus. Warum springt da nix raus? Hm. Das ist natürlich schade, gell? Ein Haufen Erz und alles, das ist Wahnsinn. Ah, hier kann ich konstruieren drin, kann das sein? Kann ich hier vielleicht Sachen bauen, die ich sonst nicht bauen kann? Nö, eigentlich nicht, gell. Oder? Ein Flakgeschütz, aber das ist ja, wir sagen, hm. Aketenwerfer, Minigun. Nö. Na gut. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da oben ist Akua. Ja. Hier, Gemeinschaftsräume. Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Mit dem Schiff-Lehrräumen. Hier sowieso keiner mehr da. Den das für etwas nützen könnte. Ja, alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Dann machen wir den Figuren. Jahrhundert. Schöne. ie